Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir versuchen heute weiter zu überleben. In der 1,8 sind sieben Tage lang unter der Erde. Wir sind jetzt eigentlich, ich sag eigentlich, bei Tag 3. Leider muss ich sagen, wir sehen den kompletten Tag nicht mehr. Es steht gerade Tag 0 da. Es hat sich einfach resettet. Das hält uns aber nicht ab, einfach weiter zu spielen. Wir haben 3 Tage sozusagen überlebt, plus Tag 0. Das heißt, eigentlich 4 Tage. Und haben jetzt noch 3 Tage zu überleben. Das heißt, wir müssten bis Tag 3 überleben. Dann haben wir die Challenge geschafft. Wir sind relativ gut ausgerüstet. Ich müsste nur mal mein Inventar ein bisschen sortieren. Das stimmt, das müsste ich auch machen. Wollen wir hier unsere Base behalten? Ja, eigentlich schon, oder? Ich würde sagen, wir geben die eigentlich eher auf, tatsächlich. Also, wir können hier noch ein bisschen was anpflanzen. Übrigens, wer es nicht weiß, Hier ist eigentlich unsere kleine Base jetzt gewesen, wo wir was anpflanzen wollten. Das klappt auch relativ gut. Und jetzt ist halt nur die Frage, ich habe so viel im Inventar, was ich echt nicht brauche, ne? Jetzt ist wirklich die Frage, wie machen wir das denn? Ich habe hier noch Melonen-Seeds. Ich habe leider keine Knochen mehr. Wir können auch rausgehen und nochmal Knochen mehr holen. Das könnten wir machen, ja. Ja, oder hast du noch Knochen? Äh, ich habe keine mehr. Nein, 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 nein. Nein, und auch das Rotten Flash brauchst du. Warum nicht? Mit ein Röhnchen. Aber denkst du, die reichen? Ja. Für drei Tage? Ja. Okay, gut, dann. Okay, dann lassen wir einfach ganz kurz rausgehen. Vielleicht finden wir noch den ein oder anderen, das ein oder andere Skelett. Oder den ein oder anderen Diamant. Oh, wow. Okay, ich habe mich einfach hier rüber gebaut. Okay, hier sehe ich leider gerade gar keine. Okay, ich glaube, sie müssen leider erst mal wieder spawnen. Diamanten! Oh, Diamanten! Und Creeper! Wie kommt man denn hier nach unten jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bleibe hier oben. Hol du die Diamanten. Ich habe hier noch gar keine Diamanten geholt. Ich habe gerade einen Zombie weggeschnetzelt, aber ich finde hier kein Skelett, wenn ich ehrlich bin. Da unten sind Skelette. Ja, bei mir sind keine Skelette. Oh, wie schön das aussieht hier. Ja, lass uns damit dann gleich zusammen hin, okay? Äh, ich bin schon da. Ja, aber wir bleiben da ja. Ach, egal. Übrigens, wir können uns auch einfach die Glowberries hier holen. Vielleicht ist das auch eine gar nicht so schlechte Idee. Da müssen wir gar nicht auf Bone Meal, äh, hier Geier haben. Keine Ahnung. Das Einzige, ich glaube, die geben halt wirklich ein halbes, ein halbes Essen sozusagen. Warte. Oh, oh. Ja, nee, ein ganzes sogar, ein ganzes. Ja, immerhin. Äh, dann, dann hole ich mir Glowberries hier erst mal. Okay. Wenn du stirbst, dann ist es vorbei. Nein. Doch. Es ist aber nicht. Ich bin nicht. Oh, oh, war das knapp. Du musst, glaube ich, erst mal hier wieder ein bisschen reinkommen, wie gefährlich das ist. Vielleicht solltest du ein bisschen, überlegst du das. Jetzt ist ein Zombie mit einem Eisenschwerd. Ja, komm, ich kann nicht so schnell kommen. Bau dich irgendwo ein oder so. Kein Problem. Ja, nee, kein Problem. Dann gehst du sterben. Ich kenne dich. Ja, kein Problem. Oh, gleich sehe ich hier schon. Epic Stun died in the shed. Nein. Ja, 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 ich kenne dich. Ich tue jetzt den Diamant. Ich tue jetzt den Diamant und ich gehe nach oben. Wir hatten mal hardcore gespielt. Da habe ich auch noch ganz verrückte Storys. Nein. Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Ja, komm mal lieber zu mir. Schön. Hallo. Und guck mal, dass du ein paar Glowberries findest. Ich habe schon 31 Glowberries. Oh, das ist sehr gut. Hast du noch Bommie gefunden? Äh, nee, leider nicht. Oh, okay. Ich habe eins gerade weggeschnetzelt, aber da war kein, äh, ist kein Knochen getroppt, leider. Nicht schlimm. Gehen wir nach hier oben. Haben wir hier noch? So. Die sehen so schön aus. Das sieht so schön aus. Du hast mich schon alles abgeerntet. Nee, guck mal, das sind noch so viele. Die sehen aber mehr aus, als es sind. Das ist mehr Schein, als sein. Ich sage es dir, diese, diese Glowberries. So, ich gucke jetzt oben nochmal, ob wir hier ein bisschen Bommie finden. Ansonsten würde ich sagen, ja, also, unser kleines Ding ist schon ganz cute, so. Also, unser kleines, äh, unsere kleine Base. Ich weiß nicht, ob sie sich so lohnt, wenn ich ehrlich bin. Also, ich glaube, Essen, wir können halt auch von Zombie-Fleisch zur Not überleben. So ist es jetzt auch nicht. Das stimmt. So, okay, dann gucke ich einfach mal. Hier war es ja ganz schön. Hier haben wir noch ein Dings. Ähm, dann würde ich sagen, könnten wir theoretisch einfach mal zusammen nach unten gehen. Ich gehe nochmal alles hinschmeißen, was ich gerade nicht brauche. Hier kommen Zombies. Hier kommst du. Das und Essen vielleicht. Ja. Willst du mir ein bisschen Essen geben? Ach, wie? Hast du keine gesammelt? Ich habe die gegessen. Ach, du hast sie jetzt schon gegessen. Ich hatte zwei Herzen gerade. Ach, immer noch? Die ganze Zeit? Nein. Jetzt fahren nur noch die Hälfte. Oh, epic. Und du hast... Ich habe drei Schwerze. Warum habe ich da eigentlich drei Schwerze? Warum hast du eigentlich dein rotten Fleisch weggeschmissen? Nee, aber ich habe 14. Ach so. Ich wollte die letzten Cloberries haben. Ja, die geben halt nur eins. Da gibt es ja fast ein Dings mehr. Zombie-Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie viel Zombie-Fleisch gibt. Auch nur eins, glaube ich. Okay, wollen wir nach unten gehen? Ja. Wie viele Diamanten hast du nochmal gefunden eigentlich? Äh, einen einzelnen. Ach so, nice. Ah, da ist ein Dings. Oh, mein, 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 mein Dings. Wo ist mein, wo ist mein, wo ist mein... Ah, hier. Oh, ich brauche auf jeden Fall ein neues Schild gleich. Stimmt, ich auch. Wie das aussieht. Hier, wie bist du runtergekommen? Äh, Wasser. Ah. Oh, alles gut. Oh, mein Gott. Ah, ah. Immer schön essen, ne? Äh, ist es bei dir auch so rot? Ja, wie schön. Es sieht ein bisschen grusselig aus. Ich bin ganz ehrlich. Hier noch Diamanten. Haha. Nee, ich glaube nicht. Oh, oh. Wir können hier einfach runterschwimmen. Es ist einfach wie, keine Ahnung was. Schau, eine Rutsche. Hui. Aber hier sehe ich gerade keine Diamanten. Oh, wir sind so tief. Es ist auch so krass. Wir sind ja in einer Höhle runtergegangen. Und das ist einfach jetzt wieder ein Abschnitt, den wir noch nie gesehen haben. Noch nie. Von Kippen kommt ein Zombie. Guck mal, hier können wir wieder runter. Das ist so riesig alles geworden. Das ist ja fast schon zu riesig, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Schau mal nach oben, wie cool das aussieht. Oh ja. Warte, ich muss hier gerade jemanden wegschnetzeln. Ja, ich helfe. Da, ich sehe Dias. Oh mein Gott. Das erste Mal, dass ich Dias sehe. Oh ja. Höhle ich mir. Meine, 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 meins, 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 meins. Das ist glaube ich nur einer. Warte. Das Gold. Das brauchen wir nicht. Einer. Zwei. Nur zwei. Ja, Ende. Schade. Hier ist Lava, hier unten. Okay, warte mal. Zwei Dias. Ich habe jetzt drei wieder mal. Ich habe ein Diamantschwert. Ich habe sonst keine Diamantausrüstung. Du hast auch keine Diamantausrüstung. Kommen wir hier weiter? Bin mir nicht ganz sicher. Geht's hier weiter? Also hier sind so kleine. Ja, doch. Nee. Nee, das ist Lava. Und hier ist auch nix, oder? Auf welcher Höhe sind wir? Wir sind auf. Minus 42. Wir sind fast auf guter Diamantenhöhe. Ich weiß immer noch nicht ganz, wo die gute Diamantenhöhe ist, wenn ich echt bin. Das ist nix. Ja, ich glaube noch so zehn Blöcke weiter runter. Dann ist man, glaube ich, ganz gut. Aber haben wir nicht das letzte Mal viel mehr gefunden oberhalb als jetzt unterhalb? War das nicht so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Diamanten! Ja, sehr gut. Noch mehr. Oh, das sind auch viele Skelette. Ja, ich komme nämlich um die Skelette. Warte. Und eine, eine, eine. Ich hätte uns mal ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Da hätten wir nämlich auch immer mal uns Essen holen können. Das ist diese eine Diamanten. Die tun mir aber auch ein bisschen weh im Herzen, ne? Also so ein bisschen unsatisfying. Geht das? Ja. Sehr gut. Aber ich muss sagen, hier sind jetzt nicht so die großen, also es ist eine große Höhle, aber es ist jetzt nicht so viel hier unten. Es geht nicht weit weiter. Vielleicht sollten wir lieber wieder ein Stückchen nach oben zumindest. Das sind ja die Closequits. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz hoch. Ich dachte, hier sind auf einmal Dings. Oh Gott. Ah, hier. Hier, hier, hier. 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 Ah, Diamanten, Diamanten. Nö. Nö. Oh, ich habe Mini-Zombie. Pass auf. Ich habe Mini-Zombie. Ich muss erst mal essen. Warum hast du den nicht weggeschnetzelt? Die Mini-Zombie? Nein, die Creeper. Achso. Nö, nö. Hä? Ich bin einfach da geblieben eiskalt. Oh Gott. Oh, je, epic. Hä? Wo? Hier. Warte. Wo denn? Warte, warte, warte. Achso, hinter mir. Wo denn? Wo bist du? Wo? Ja, wer? Wo? Was? Anna? Hier sind sie. Ah. Uh. Bitte mehr als einer, bitte mehr als einer, bitte mehr. Eine. Nice. Ich habe drei insgesamt. Ich habe auch drei. Oh, wir können uns Rüstung machen. Oder? Ja. Äh, ja. Ja, was wollen wir machen? Äh. Die Diamanten! Wow! Zwei! Warte. Drei. Ne, zwei. Oh Mann. Ja, also, ich hätte gerne größere Adern. Du hattest eine Zähne-Ader. Das ist so heftig. Ja. Okay, dann, ich habe fünf Diamanten. Wir könnten uns... Irgendwann kriegt eine Hose. Komm. Wir machen eine Hose. Oder? Nein, wir machen ein Haar nicht. Du hast drei, ne? Ja. Gib mal meine. Gib mal deine. Meine, meine, meine. Guck mal, ich denke ich dir. Guck mal, du bist hier der Tank, weil das brauchst du. Weil du stirbst viel schneller als ich. Doch. Der beste Spieler bekommt das. Ach so, okay. Okay, aber wenn hier... Diamanten. Hier waren viele Diamanten. Das war echt lucky eigentlich. Hier geht es nochmal ein bisschen weiter runter. Das sind so komische Höhlen. Katja, ich muss gegen drei Leute campen. Ja, ich komme. Oh, oh. Was? Hast du ein Schild? Hast du ein Schild? Ja. Ja, dann ist es ja ganz gut. Ja. Die gehen sich doch gegenseitig. Ja, easy. Ja, ist denn da gut. Guck mal, komm mal mit. Wir gucken mal nach da hinten. Und Epic, wir sind übrigens wieder bei Day 1. Zeigst du, noch zwei Tage müssen wir überleben. Stimmt. Habe ich nochmal eine gute Uhr hier. Wir haben übrigens gerade Tag. Das heißt, es ist gleich Nacht. Dann haben wir Day 2. Es geht heute echt schnell. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Diamantitos. Für dich war es einmal ganz schön brenzlig. Wenn ich was so sagen kann. Hier ist ein Mini-Dino irgendwo. Ein Mini-Dino. Joa, ein Mini-Dino ist hier. Ah! Hier ist irgendwo ein Mini-Zambi. Hallo, was ist das hier? Hallo. Geht es hier? Das mag ich hier nicht. Ja, aber egal. Oben ist auch okay. Dann suchen wir uns eine andere Höhle. Hier geht es nicht weiter. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir nochmal ganz hoch. Ja, können wir machen. Können wir machen. Oh, hier geht es sogar nach unten. Aber ich weiß nicht. Ne. Wir könnten nochmal ein bisschen weiter weg. Oh, wie viele Creeper hier sind. Oh, stimmt. Also hier geht es ja wieder hoch. Vielleicht kommen wir nach da rechts hin. Weißt du? Ja, das ist eine gute Idee. Da bei der Amethyst-Höhle gibt es ja nichts Interessantes. Wir können es in Fernrohr craften, wenn wir wollen würden. Wollen wir damit glaube ich nicht. Da ist noch ein bisschen Gold. Okay. Ähm. Epic. Ja. Guck mal, was ich hier um die rechts. Ich um die links. Ja. Aua. Boah. Ich habe richtig wenig. Boah. Renn danach. Renn. Also, ich muss was essen. Ich muss auf jeden Fall was essen. Vier Creeper. Was sollen wir machen? Äh. Wir können hier hochbauen. Hochbauen. Ich kann nicht. Okay. Ich bin über die gerannt. Ha. Ha. Oh. Oh. Äh. Ich renne glaube ich. Hä? Wie viele sind das? Das sind ja nochmal zwei. Ja, ja. Wow. Was wollen die? Weg mit euch. Weg mit euch. Achtung. Ja. Und auch wenn einer explodiert. Ui. Nein. Haben wir? Oh Gott. Hat gut geklappt. Ja. War gar nicht brenzlig. Gar nicht. Wir können nochmal hier ganz kurz runter. Oder erstmal hier so kleinere Gegenden abdingsen. Ich weiß leider gar nicht, ob wir hier schon waren, ne? Also so null. Ich glaube nicht. Hm. Aber am Gegenende weiß ich jetzt nicht mehr, welche Gebiete wir alle so abgedingst sind. Guck mal. Hier können wir lang. Ansonsten könnten wir... Ah, nee. Hier sind wieder Cloberries. Dann waren wir hier schon. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir können ja auch wieder zurück ein Teil laufen. Guck mal. Ja, ja. Hier waren wir auf jeden Fall. Okay, hier waren wir. Und dann müsste es hier ja auch weitergehen. Ah, es sieht so schön aus. Ja, hier vielleicht irgendwo nochmal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier so alles erkundet haben. Oh. Ui. Es gibt immer noch wenig Kerzen. Haben wir? Essen ist immer noch eine doofe Sache. Wir haben keine Minenschacht gefunden. Können wir mal darüber reden? Stimmt. Das ist echt ärgerlich. Warum sind hier so viele Spinnen? Und Creeper. Oh, oh. Ja, komm. Explodier einfach. Ja. Oh, oh. Sehr gut. Oh, oh, oh. Noch ein Skelett. Ich muss essen. Ich muss so viel essen. Wenn wir jetzt hier verhungern sollten, ne? Das wäre echt ärgerlich. Aber da geht es nicht weiter, glaube ich. Ja, dann einfach hochgehen. Aua. Oh, aua. Oh, fast aua. Epic, ich habe drei Herzen. Oh, oh, Kasia. Ich gehe auch kaum Wrecken. Ich komme zu dir. Drei Zombies. Ich habe vier Herzen. Nur ein Skelett würde mich halt ein bisschen wegbatschen. Oh, hier sind zwei Creeper wieder. Oh, nee. Weißt du, wo ich bin? Ich bin hier so... Ja, ich glaube schon. Okay. Ah, ich habe es gehört. Komm, geh. Oh, zwei Skelette. Nein, drei Skelette. Wo bist du denn jetzt? Siehst du meinen Arm? Ich kann gerade nicht gucken. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ah, knapp, als ich dachte. Ja, Essen. Ey, das Wrecken tut nicht gut. Diese Skelette, ne? Viel zu viele Skelette. Wir haben übrigens schon wieder die zweite Nacht jetzt gleich. Stimmt. Wir haben es eigentlich gleich geschafft. Ich weiß gar nicht, was wir hier so die ganze Zeit hier machen. Oh nein. Ich glaube, wir haben den Großteil der Höhle irgendwie jetzt schon ausgereizt. Weißt du? So ein bisschen. Ich glaube auch. Wir haben schon sehr viel gesehen hier insgesamt. Ja, vielleicht müssten wir halt irgendwie... Ah, das Einzige... Das wäre so schön. Ich würde ja so gerne nochmal ein Dings sehen hier. So ein Garmin-Schacht. Aber den haben wir gar nicht gefunden. Ich glaube, dafür müssten wir halt eigentlich höher gehen. Aber... Ich glaube auch. Weiß ich nicht. Epic! Ja? Genau neben mir! Hier, Mann. Ja! Wow, sehr gut! Also heißt es, wir waren hier noch nicht. Oh, das ist auch wieder so eine große Höhle. Hier sind sehr viele Creeper wieder. Das heißt, wir haben hier neue Höhlen-Action. Komm, explodier. Oder nicht. Hilfe! Oder doch! Oder nicht! Oder doch! Hilfe! Oder doch! Oder nicht! Oder doch! Okay, nee. Also das ist jetzt hier eine neue Höhle, sagst du. Achtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist... Also hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Also wir haben ja den Diamanten uns natürlich da nicht geholt. Vielleicht haben wir ihn auch übersehen. So kann natürlich auch sein. Können ein bisschen nach oben vielleicht hier mal ganz kurz ein bisschen Überblick bekommen, wo wir genau gerade sind. Er geht schon sehr weit nach oben. Wir sind jetzt hier Höhe 30. Wir sind, können gleich wieder oben Hallo sagen. Hallo, guck mal! Hä? Waren wir hier? Boah, wenn du mich jetzt runterschubst, dann bin ich auf jeden Fall weg. Nee, ich weiß nicht, ob wir hier waren. Aber ist interessant zumindest. Epic weiß, wo wir sind. Wir sind im Kreis gelaufen. Nee, wir sind da, wo wir ganz am Anfang waren. Wir waren ganz, ganz, ganz am Anfang bei so einer Tropfsteinhöhle. Ich glaube, das ist hier das. Das heißt, wir sind halt wirklich im Kreis gelaufen. Wir könnten gleich irgendwo wieder... Ja, oder? Warum gibt es hier keinen Wien-Schacht? Nee, ich glaube, hier waren wir wirklich schon. Warte, ich kann mal ganz kurz nach unten gucken. Wenn wir nicht jetzt direkt Diamanten finden. Was ist das? Ich gehe nochmal ganz kurz nach unten. Nee, nee, nee. Nee. Oder? Nee, doch, hier waren wir. Und hier gab es noch nicht mal was. Enttäuschend. Gut, J2, bei uns sieht es nicht mehr so rosig aus. Ich habe dem Epic ja noch mein letztes Essen gegeben. Das heißt, wir sollten wirklich ein bisschen Zombiefleisch irgendwie suchen. Irgendwie sind die Monster Schimmer geworden. Drei, vier Herzen. Ja, Mann. Und Creeper. Oh, 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 pass bloß auf. Ja, 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 mache ich. Braucht halt Essen. Geh weg! Oh, oh. Warte, er kommt. Ja, ja, ja. Du darfst mich nur nicht reinschubsen. Nee, alles gut. Okay. Oh, okay. Oh, ach so, gott ja. Ja, 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 ja. Ich kann dir nicht so gut essen. Nein, 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 ich muss essen, ich muss essen. Ich habe das Skelett mit zu mir, oder? Geh weg! Ja, das Skelett mit zu... Ah, das Skelett mit zu mir! Ja, ich mache das Skelett von hinten. Warte. So. Oh, ja. Das ist ja echt... Nervenaufbrausend hier. Hallo? Aber ja, wir finden den Zombiespawn auf jeden Fall gar nicht wieder, eigentlich. Oh, ja, eigentlich muss ich voll... Ich muss einmal voll raggen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit essen. Vier, drei Fleisch habe ich noch. Was machen wir, wenn wir kein Fleisch mehr haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen unbedingt Zombies wegschnetzen. Warum bleibe ich stehen? Oh, Mann. Das ist wieder ein... Das ist ein dreiskeletischer Karte. Ja, ich weiß. Aber die sehen mich noch nicht. Ja, oh, das ist alles falsch. Du musst die ganze Zeit blocken. Die ganze, ganze Zeit. Die sollen mir kein Damage machen. Das ist unten auch ein... Das ist ein Mini-Zombie. Nein, das wird nichts. Ich kann nichts machen. Ich muss... Ich muss bloggen. Ja. Ich kann... Ich will nicht dich wegschnetzen. Ja, ja, ja. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Das ist noch ein Zombie. Oh, was ist das? Ja, aber die Zombies sind ja gut an sich. Stimmt. Können wir essen. Okay. Oh. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das nicht. Es ist noch ein Tag. Und wir haben jetzt gerade Tag gleich. Das heißt, noch ein Tag. Oh, oh. Und eine ganze Nacht. Boah, da ist ein Skelett mit komplett Lederrüstung. Was ist denn da los? Von da kamen wir. Ja. Ja, 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 ja. Okay, vielleicht gehen wir da einfach wieder in die Richtung. Besser als zurück. Ja. Oh, bitte treff mich nicht. Ich habe ein Rotten Flash noch, ne? Oh, nein. Ich habe ein Einzelnes noch. Ah. Wir bräuchten eine Minenschacht. Das wäre gut. So, ich esse jetzt mein letztes Fleisch. Ich hätte noch eine Kartoffel und das war es. Wie viel hast du noch? Ich habe noch vier. Okay. Für größte Not könnten wir auf jeden Fall wieder was anpflanzen. Ich habe noch rote Beete. Hast du Erde? Und Melon. Aber. War da vorhin nicht irgendwo Erde? Ah, hier ist Erde. Ah, lass Erde mitnehmen. Ja. Auf jeden Fall. Okay, ich bräuchte halt nur noch irgendwo Wasser. Oh, oh. Sind wir hier auf einer guten Höhe? Ja, wir könnten eine Minenschacht. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob auf welcher Höhe die Minenschächte jetzt sind hier. Leider. Oh, geht es da tief runter? Oh, oh. Ja, vielleicht sollten wir ja gar nicht mehr so tief runter gehen. Vielleicht sollten wir lieber bei den hohen, bei den normal hohen Dings bleiben. Okay, so. Aber es geht halt überall runter. Was sollen wir denn machen? Ah, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hier kann ich Wasser nehmen. Warte. Oder auch nicht. Gibt es auch weiter? Aber hier ist auch kein Minenschacht, oder? Nee, hier ist auch gar nichts. Nee. Einfach ausgeschaltet. Ja, okay. Wasser habe ich. Und ein bisschen Bones habe ich auch. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall mal kurz essen machen. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich schon ein bisschen rote Beete habe. Hier, ich glaube, die... Hast du das bisschen eine Melone? Ja. Ich glaube, die wächst da nicht. Doch, doch, doch. Die wächst. Also, wohin wächst die aber? Hier auf den Stein. Ach so. Aber wusste ich gar nicht. Ich dachte, die muss unter Erde irgendwo liegen. Okay, wir haben jetzt zwölf rote Beete. Ich glaube, man kann rote Beete braten. Weiß ich nicht ganz. Könnte es sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir mal ausprobieren? Ja. Hier, guck mal, steht. Äh, warte. Und? Nee, geht nicht. Naja, okay. Wie viel gibt denn rote Beete? Bitte kein halbes, bitte kein halbes, bitte kein halbes, bitte ein halbes. Oh nein. Nee. Okay, aber besser als gar kein Essen? Ja, besser als gar kein Essen. Okay, das ist aber echt sehr, sehr, sehr wenig. Guck mal, ich gebe dir auf jeden Fall die Hälfte. Dankeschön. Ich habe noch eine Kartoffel. Habe ich die angepflanzt? Nee, habe ich nicht. Guck mal, warte. Mach die mal hier hin. Ja. Habe leider kein Bommi mehr. Äh, ich auch nicht. Nein, 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 ich auch nicht. Hm. Nice. Das gibt so wenig Essen. Das gibt sehr, sehr, sehr wenig Essen. Ich kann damit nicht mal mich vollheilen. Ah! Epic, es wird gerade Nacht. Das heißt, egal ob wir es jetzt, äh, ja, mit mehr Essen schaffen oder nicht. Im halben Tag hätten wir es geschafft auf jeden Fall. Oh, ab. Wie gesagt, immer noch bei Day 2. Aber es wird langsam dunkel. Das heißt, noch eine halbe Nacht überleben. Dann hätten wir es halt wirklich geschafft einfach. Ich, oh, ich gebe mal den Skeletten ein bisschen aus dem Weg vielleicht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe halt... Sprecher mal, bis die Glück und die Belohnung wächst so langsam. Ja, das... Aber die geben auch nur ein halbes, oder? Ja, die geben nicht so viel. Das stimmt schon. Ich habe irgendwie Hoffnung, dass wenn wir halt höher gehen... Haha. ...dass hier halt irgendwann hier mal rumläuft oder so. Vielleicht ist hier so ein Eingang und dann fallen die da rein und dann können wir uns das holen. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht mehr rennen. Aber ich habe noch ein Rotten Flash gefunden. Oh, sehr gut. Ich habe unsere Farm wiedergefunden. Oh, sehr gut. Also ich geier die ganze Zeit darauf, dass einfach Day 3 wird. Dann haben wir es nämlich einfach geschafft, die Challenge. Und ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall mal danach, ob wir irgendwo nochmal einen Minenschacht finden. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ah, ich sehe deinen Namen. Okay, komm zu dir. Warte, warte. Sehr gut. Hallo. Guten Tag. Wir haben es gleich geschafft. Ich gehe jetzt hier diese rote Beete abfarmen. Ich dachte, das ist ein Dings. Oh nein. Die ist doch nicht fertig, oder? Ich dachte, die wäre fertig. Ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr rennen. Wir können nichts machen. Ich habe 29 Siebs. Wir müssen hier einfach nur warten. Ist es Mitternacht? Day 3? Day 3? Aber noch kein Day 3. Nee, noch nicht. Gleich habe ich es geschafft. Ah, guck mal. Oh, warte. Und? Warte mal. Es kommt nur eine rote Beete raus. Das ist ja auch fies. Ich dachte, da kommen vier raus. Und der sieht auch viel mehr aus. Oh, Mann. Wir haben es geschafft. Tag 3. Oh, mein Gott. Tag 7 insgesamt. Tag 7. Wir haben sieben Tage. Ja. Auch wenn es jetzt am Ende ein sehr mitleidendes und nicht schönes Leben hier war. Wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir können mal ganz kurz gucken. Ziemlich knapp. Ja, es war ziemlich knapp. Ich habe drei Hungerkeulen noch. Und ich glaube, ich wäre eigentlich gleich, wenn wir noch einen Tag länger hätten machen müssen, dann wäre ich auf jeden Fall verhungert. Aber wir haben es dennoch geschafft. Wir haben nicht wirklich krasse Ausrüstung gehabt. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass wir hier mit Full Dia rausgehen. Du hast hier am meisten noch Diamanten abbekommen. Ja. Hast du nicht auch Diamantschuhe? Und Diamantschwert. Wo sind deine Diamantschuhe? Ich habe keine. Ach so. Ja gut. Auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall die meisten Diamanten hier auf jeden Fall auch geholt. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz im Spectator, wo wir hier überall lange begangen sind. Und vielleicht... Jetzt geht die Melone natürlich auch noch... Ja, genau. Ja, wir müssen. Genau jetzt. Guck mal. Bitteschön. So, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz im Spectator rumfliegen. Wir gucken mal ganz kurz. Diese Höhlen sind so krass. Wir waren auf jeden Fall bei den Amethyst-Höhlen. Guck mal, wo wir überall hier lang gelaufen sind wahrscheinlich. Aber ich sehe tatsächlich keinen Minenschacht. Ich sehe keinen Minenschacht. Nirgendwo. Ja, ich auch nicht. Also gar nichts. Das wäre ja echt die Hoffnung für uns gewesen. Aber weit und breit gar nichts. Vielleicht hätten wir auch einfach... Vielleicht hatten wir einfach Pech. Und Leute, ich glaube, wir haben das Paradies gerade gefunden. Was ist das denn? Bitte? Ja, Cloverys hätten wir uns ein paar mehr holen sollen. Das stimmt schon. Guck mal, hier ist ja nur dieses Biom, ne? Also dieses... Nennt man das? Das stimmt. Aber kein Minenschacht. Wir haben es einfach... Naja, egal. Wir haben es auch ohne Minenschacht geschafft. Gott sei Dank hatten wir die Spawner. Ohne die hätten wir es nämlich ganz sicher nicht geschafft. Aber sieben Tage waren an sich dort trotzdem kein Problem. Ich bin stolz auf uns. Ja. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.